Sicherheit, das war mit 40 Stunden Job. Familie, ja alles gut, recht und schön. Aber nur für mich war es zu wenig. Also ich musste ausbrechen aus meinem Leben. Jetzt bin ich zur Zeit unter den Top 100 von über 200.000 Menschen weltweit, die sich anfangs beworben haben. Mars One will ja auch eine Kolonie gründen und den Mars besiedeln und auch dort bleiben. Das ist ein One-Way-Ticket und da kann man nicht zurück. Kann man sich vorstellen, keinen Vogel mehr zu wünschen hören. Ich versuche diese Erinnerungen auch unter anderem zu speichern in meinem Körper, in meinem Gehirn, in meinen Zellen und auf der anderen Seite versuche ich auch, ohne dem zu leben. Also das ist für mich ein riesengroßes Abenteuer, wahrscheinlich das größte in meinem Leben. Und einer der Ersten da zu sein, der so etwas erleben darf, ist für mich, sprengt eigentlich jegliche Vorstellungskraft, aber das ist genau das, was ich will. Wenn ich das machen will, dann zählt für mich immer ein Schritt nach dem anderen und ich weiß nicht, wo der Weg mich hinführt. Ich weiß nicht, wo der Weg mich hinführt.